Die Firmen ABC Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Gönnen Sie sich eine Auszeit und erleben Sie die Natur neu auf einer Wandertour mit Bergsepp. Sepp Riedelsberger ist gebürtiger Hinterklemmer, dem die Liebe zu den Bergen bereits in die Wiege gelegt wurde. Im Jahr 2018 hat er sein Hobby zum Beruf gemacht und bietet als erfahrener Wanderführer Touren in Saalbach-Hinterklemm. Ein besonders beliebtes Highlight sind die Sonnenauf- und Untergangstouren, die mit Bergsepp zu einem Erlebnis der Extraklasse werden. Dabei stehen die individuellen Wünsche und sportlichen Bedürfnisse der Teilnehmer stets im Vordergrund. Im Dorfladen können Spezialitäten aus der Region erworben werden. Verschiedene Geschenkideen, Schwemmholzgläserhalterungen, Bergsportbekleidung und Bergschuhe. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Sowohl Urlauber als auch Einheimische wissen die Top-Qualität zu schätzen und sind von den hochwertigen Produkten zu fairen Preisen begeistert. Bergsepp – fit und fun am Berg